Mal gucken, was hier alles für Ressourcen hat. Jetzt solltest du doch hier eine Straße hinbauen. Danke, geht doch. Und dann werden die gebaut... Das Schiff ist fertiggestellt, jetzt reicht's aber auch. Normenschiffe brauche ich jetzt ernsthaft nicht. Oha! Was, oha? Da unten, bei dem einen Hafen, den ich erkundet habe, aber nicht, wo ich keinen Hafen gebaut habe. Da hat einer, äh, hier so einen Afrikaner. Ah! Der hat einen Hafen eingestellt? So schlau sind die Schweine? Ja. Da? Da auch? Ne, das bist du, ne? Wo? Hier unten. In der Mitte. Mitte? Mitte ist rot. Du bist rot. Ich bin rot. Ja. Ja. Da hast du auch da auch einen Hafen eingestellt. Mitte der Karte. Also Mitte, Seite, Außen. Rechts. Ja. Dann ist das also... Ah, das ist die Insel, die ich dann auch erwischt habe. Gegenüberliebend. Wird denn jetzt auch gleich ein Soldat rübergeschippert? Bin ich aber gespannt. Wenn der Turm fertig ist? Ja. Ja. Dein Hafen geht dann ein... Du hast eine Festung gebaut. Ja. Ja, ich hab eine Festung gebaut. Da wird der Soldat auch rübergeschippert, ja. Ah, okay. Kriegen die dieses eine beschissene Brett da nicht mal ran, oder was ist los? Bei mir? Ja. Ja. Der Turm wird ja schon seit... Oh, oh. Es kommt entkünkt ein Brett. Entkünkt ein Brett. Ich würde sagen, der Turm wird schon seit mindestens einer Stunde gebaut. Ja, kommt hin. Das ist doch abnormal. Ich könnte ja schon mal den Fernseher aufs Erste machen, ne? Guckst du dann während dem Aufnehmen? Aber sicher. Boah, das ist ja geil. Da kriege ich ja Live-Informationen, ne? Ja, und die, die sich das Video angucken, kriegen sie leicht verzögert. Geringfügig. Das ist dann Warenstau an Fahne. Wo? Oh, am Hafen ist Warenstau. Es ist Donnerstag, der 26. Juni, 17.40 Uhr. 2014. Wohlgemerkt. Was denkst du denn? Ja, ja, wer weiß, vielleicht kommt das Let's Play erst 2020 raus. Wo solltest du mal die Drogen weglassen? An die WM von damals denken. Nostalgie, oder was? Ja, weißt du doch, die WM vor sechs Jahren? Kommt das überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht. Naja, WM ist zwar nur alle vier Jahre, aber sonst ist es auch okay. Ja, gut. Ja, gut, aber, ja. Keine Rohstoffe gefunden. Kohlebergwerk. Oh. Bist du auch leer? Das finde ich jetzt aber total gar nicht toll. Das muss ich dir da unten anzapfen. Und die schippen mir den ganzen Scheiß nach oben. Das heißt, ich muss also hier erstmal diese Pfade abweisen. Wer würde dann... Hier kommt Kohle an, aber ich krieg... Aber hier kommt ja kein Eisen runter, ne? Das Eisen ist ja hier oben. Würde das Eisen von da nach da unten oder nach unten geschippt werden, um zur Schmiede zu kommen? Bzw. zu den Eisen schmelzen. Weil die Kohle wäre unten. Wir bräuchten eher Kohle als Dix. Oh, mein Holz ist endlich da. Der Turm wird fertig gebaut. Warum meine Schmiede sowie meine Münzprägerei... Nämlich hier deinen Warenstau, nämlich. Das Eisenbergwerk hat keine Rohstoffe mehr gefunden. Schön. Es geht hier alles nach und nach an Ressourcen pflücken. Ja. Ja. Da kommt kein Eisen mehr ran. Hier wird... Ach. Soll er bald die Kohle-Digger hier fertig bauen. So, dann baut ihr mal die drei Kohlebergwerke fertig. Hier wird ja... ... eigentlich theoretisch Gold abgebaut, aber die kriegen ja auch wieder keine Nahrung in dem Sinne ran. Ach, so langsam werden meine Beuder alle fertig gebaut. Gut. Dann wird hier... ... gleich massenhaft Kohle abgebaut. Die wird dann komplett nach hier oben befördert. Kommt hier noch ein Eisenbergwerk hin. Da müsste ich aber meine Schmiede... ... Schmiede... ... beiden Schmieden könnten hier eigentlich... Achso, die Zahl zeigt nicht an, was im Umlauf ist, sondern was in allen Lagerhäusern eingelagert ist. Was unterwegs ist, wird nicht angezeigt. Ja, mit Umlauf meinte ich ja in verschiedenen Lagerhäusern. Das meinte ich eigentlich mit Umlauf. Achso. So, nicht was auf den Straßen im Umlauf ist. Also 155 Eisenwaren im Umlauf zum Beispiel werden ein bisschen heftig. Ja. So, die kleinen Schmieden sind weg. Die Schmiede... Nein, Eisen schmelzen. Die Schmiede, die eigentlich Waffen produziert... Oh, mein Wachtrum ist fertig. Kommt auch mit nach oben. Da müssen wir noch 6 Eisen brennen, das würde ich dann ja verlieren, ne? Jupp. Ein Teil davon muss ich es natürlich dann... Scheiß. Ach. Okay, hier, komm. Jetzt stelle ich die beiden Eisenschmelzen doch wieder hier hin. Dann sollen die da stehen bleiben, dann sollen sie halt die Kohle nach da oben verfrachten. Ist mir doch egal. Jetzt wird endlich vielleicht auch mal meine Schweinezucht fertig. Hier nehm ich... So, kommt hier mal bitte ein paar Geologen an, oder ist euch das schon zu weit? So, also der Fischer ist fertig. Der Fischer arbeitet bei 40, 50 Prozent. Das ist ja auch ganz gut. Die Straße wird aber bitte abgerissen. Hat der Fisch da jetzt hingelegt und der Fisch ist draufgegangen. Und so. So, weil... Hier kommt da ein Lagerhaus hin. Ich... Hier kommt ein Lagerhaus. Nein. Wie soll das Lagerhaus? Baby, ich... Ich... ...ja... Ich... Ja, das ist doch viel besser, Alter. Kommt hier nach... Meine Schweinezucht ist endlich fertig Da komm ich hier nämlich den Fischer ein Ähm, Fischer So, dann würden hier ja überall Kohlebergberg hinkommen Hier wird ein Kohlebergberg hinkommen Hier kann Kohlebergberg hinkommen Hier kann Kohlebergberg hinkommen Jetzt fangen meine Kohlebergwerke endlich an zu produzieren, weil sie Nahrung bekommen So, dann komm hier nochmal hier rüber Gebiet verloren Du Sau Du hast mit dem kleinwischen Gebiet geklaut Wundert mich aber, weil dein Wachtturm kann nicht so stark sein wie meine Festung Nein, mein Wachtturm ist aber näher an der Grenze als deine Festung Naja Ah, hier, hier komm jetzt Hm, kein Goldbergberg, nein, das war falsch Hier kommt ein Eisbergberg hin Hier kommt ein Eisbergberg hin Und hier Und hier Und hier Und hier Sowie Hier Und hier Und dann Und dann Die verbinden wir jetzt schon miteinander Ah, es wird endlich Kohle produziert Das ist los mà Und im Und das ist es Oh, hier kommt auch noch ein Eisenbergberg hin peek Und hier kommt noch eine Fische Ein Eisenberg wechselt Ja Ich brauche nämlich äh Ich stelle dann ja nochmal irgendwie ordentlich Eisen Wie sieht es denn eigentlich mit Nahrung aus? Schweine sind zweitzig Getreide Ich brauche irgendwie Getreide So, das heißt Hier wird dann ein Bauernhof hinkommen Ja, kommt noch ein Bauernhof Du hast sowieso keinen Platz mehr Keine Rohstoffe gefunden Goldbergwerk Oh, ist das das auch noch? Ja, dann äh Die arbeiten da oben ja, ne Beide auf 95% Die Goldbergwerke werden gebaut Die werden gerade Nicht gebaut Können jetzt aber Eigentlich dann in Auftrag gegeben werden Das coole Bergwerk verbindet sich doch bitte mit dem Gibt auch nach dahin eine Verbindung frei Das ist halt wie so eine Ringstraße Das ist halt wie so eine Ringstraße Das ist halt wie so eine Ringstraße Ja, das kann ich mir dann auch nochmal irgendwann einverleiben Ich möchte mal hier oben ähm Ich möchte mal hier oben ähm Gebliebsterkunden machen Gebliebsterkunden Ja, ähm Hier kommt eine Holzfällerhütte Die kann ich mit A verbinden Kannst du hier mal ein bisschen Platz räumen Und Kann ich damit die Ressourcen auch noch ausschlachten? Gäng Gäng Gängs 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 Ja Jetzt wird mal so langsam alles errichtet Hier, wa? Hier Hier zurück Also die hier werden dann nicht hiermit angeschlossen Wird die Kohlebergwerke fertig gebraucht? Wird die Kohlebergwerke fertig gebraucht? Hier hinten ist NUR Kohle! Ist das geil oder ist das geil? Ist das geil? Es zittert aber schon... ...und ein wenig Eisenschmerzen und alles Ja, bei mir sind das auch ellenlange Wege, aber... ...mein Gott! Ach, was sagt denn eigentlich meine Brauerei? Brauerei produziert Bier Ja... Oh, ich habe auch schon Bier Aber irgendwie so ein Schwerter und Schilde, wo werden die dann bitte... Wo sind denn die bitte eingelagert? Äh... Im Lagerhaus In welchem? Ach, hier! Ja, in der Lage! Soldaten hier ausbilden... Das wäre ja schön, kann ich aber nicht, weil hier kein Bier eingelagert wird Das wird dann da hingebracht? Was wird das da hingebracht, wo die Soldaten noch ausbildet werden? Daten nicht ausbilden an, zum deaktivieren klicken Achso, da ist es aber auch noch nirgends wo eingestellt Das heißt, ich könnte ja dieses Lagerhaus nehmen, da müssen sie das Bier nach hier hin verfrachten Was aber theoretisch gar nicht so tragisch ist, ne? Müsste ich aber... Ah, es ist auch nirgends wo Getreide eingelagert, das ist schlimm Die Fahne bitte abreißen, damit die Straße frei wird Die Fahne bitte auch abreißen Also mit dieser Fahne, ich muss die Straße nämlich einmal ganz frei platzen Und sich das hier ein... Bauernhof hinzusetzen Ich weiß nicht ob der auch... ... Also mit dieser Fahne auf den jungen Räume Jungen Räume zu betreiben